Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tassenhauer zurück in der ersten Expedition von Henri Paul Badeau, glaube ich. Ja, ich muss den Namen noch lernen. Paul-Henri Badeau, genau. Das ist hier seine Gruppe, der Anthropologe. Und er hat hier ein schwieriges Terrain gleich zu anfangen zu bewältigen gehabt. Deswegen sind wir schon auf 50 geistige Gesundheit runter. Und das hier ist der Schwellenwert. Wenn wir unter den drunter stoßen, dann müssen wir uns ernsthafte Sorgen um unsere geistige Gesundheit und die unserer Expedition machen. Und wir müssen noch bis ganz hier hinten kommen. Ich sehe Probleme auf uns zu rollen, wenn wir nicht Eingeborene finden. Aber wir müssen erstmal weiterreisen, denn mehr Möglichkeiten haben wir hier schlicht und ergreifend nicht. Ja, und wir müssen durch den Dschungel offenbar durch. Du bist in der Nähe eines Schmetterlings. Sammle Schmetterlinge, um Ruhm zu erhalten. Wir können uns an Beute anpirschen. Das werden wir mal probieren. Wenn wir da schon sind in der Nähe. Ich konnte das Tier am Horizont erkennen. Seine Ohren zuckten misstrauisch. Die Jagd würde Zeit in Anspruch nehmen und riskant werden, aber sie könnte sich lohnen. Ach, da geht es hier aber nicht um Schmetterlinge, oder? Ne, da geht es hier um Hufentiere. Nein, 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 das wollte ich. Ich will sie auch gar nicht zähmen. Ne, ne, also die Tierwelt will ich in Ruhe lassen. Das war überhaupt nicht mein Anliegen. Ach ja, das ist, weil vermutlich sind die Schmetterlinge eher hier zu finden, oder? Hier sind aber Nadeltubuli. Bei Kontakt schießen Nadelpflanzen hervor. Ach du liebe Zeit. Hier ist ansonsten überall dichter Dschungel. Wir können natürlich hier versuchen, einfach da weiterzureisen. Aber ihr seht schon, die geistige Gesundheit hat sich gleich erledigt für uns. Und wir haben, ja, genau hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und ihr seht, wir können noch nicht mal auffüllen. Also das sieht mir nach einer katastrophalen... Ach, hier oben waren Schmetterlinge. Ah, okay. Dann habe ich sie übersehen, leider. Toll. Ja, sieht nicht gut aus. Wir müssen noch hier hin und komplett wieder zurück. Mit welcher Gesundheit das passieren soll, erschließt sich mir jetzt nicht. Ähm, da müssen wir uns dem Schrein annähern. Und hoffen, dass wir irgendwas Sinnvolles hier finden, sonst sind wir echt am Po. Das wird nicht klappen. Da können wir die Expedition gleich aufgeben. Oh Mann. Das Sonnenlicht erleuchtete einen vergessenen Tempel vor meinen Füßen. Das Bauwerk neigte sich leicht zur Seite und war teilweise im Erdreich versunken. Der Boden erweckte den Eindruck, als könnte sich jederzeit ein klaffender Abgrund vor uns auftun. Ja, ich glaube, wenn wir hier jetzt was klauen, dann geschehen irgendwelche Umweltereignisse. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Im Inneren stieß ich auf eine kleine, leere Kammer. Vor mir lag ein langer Korridor, der zu einem Altarraum führte. Meine Augen huschten hin und her auf der Suche nach Fallen. Wir können jetzt hier nach Geheimverstecken suchen. Und das dann mit unserem Tonikum sicherstellen, dass das auch klappt. Aber ich will hier lieber die... Ah, ich kann beides nehmen. Fackel. Okay, wir könnten jetzt... Ah, okay. Das wird hundertprozentig dann einen grünen auslösen. Ah, okay. Alles klar. Dann nehme ich mal einen Garantierten durch die Fackel mit. Und hier sind zwei Sechstel Chancen, dass was Grünes kommt. Also eventuell kriegen wir sogar einen Bonus bei dem Wurf. Gucken wir mal. Ne, leider nur normal erfolgreich. Aber immerhin, hätte ja auch anders ausgehen können. Ne, hätte es nicht, weil wir die Fackel verwendet haben. Also hier war ein garantierter Würfel drin. Unter einigen Trümmern entdeckte ich eine versteckte Falltür im Boden. Ich öffnete sie und erspäte eine zweite, düstere Kammer unter mir. Wir steigen mal hinab. Ich stieg in das Loch und landete sanft auf meinen Füßen in dem versteckten Raum, der darunter lag. Ich fand mich in den zerstörten Überresten einer Werkstatt eines Arkanisten wieder, in der eine Art Feuer gewütet haben musste. Vielleicht gab es hier noch etwas, was mir nützlich werden konnte. Wir können jetzt gucken, ob wir die Werkstatt plündern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit dann so eine Art Naturkatastrophe auslösen. Ich will es jetzt einfach mal probieren. Wir haben, glaube ich, in dieser vermaledeiten Expedition, wo wir eh kaum zurückkommen, eh nichts mehr zu verlieren. Wir haben drei Totem des Schutzes hier. Schnitzerei eines Schamanen, die eine schützende Energie freisetzt, wenn sie zerbrochen wird. Das nehmen wir einfach mal mit. Es gelang mir inmitten der verkohlten Trümmer einen seltenen Wertgegenstand zu finden. Ich freute mich über diesen glücklichen Fund und kletterte zurück zum Eingangsbereich. Wir werden den Altarraum, by the way, jetzt nicht betreten. Wir werden hier schön das Gebäude wieder verlassen. Ich entschied, dass es besser wäre, den Schrein nicht weiter zu stören und alte Stelle ins Freie. So viel Risiko will ich doch nicht auf mich nehmen. Ja, aber es wird jetzt schwierig. Also wir können natürlich jetzt immer weiterlaufen. Aber das Problem ist, dass wir dann nicht mehr zurückkommen mit unserer geistigen Gesundheit, ohne dass alle durchdrehen. Und es sieht mir hier so aus, als wenn das mit diesem Pech hier weitergeht. Ich werde jetzt mal hier mit der Klettergeschichte auf die Hochebene klettern, um einfach mehr Überblick zu bekommen. Mit der Kletterausrüstung werden wir das jetzt einfach mal machen. So, wir bekommen Erfahrung und ja, wir haben Loyalitätsverlust bei ihr, weil sie natürlich Höhenangst hat. Das ist das Problem bei ihr. Das ist nicht gut, aber ehrlich gesagt auch kaum zu ändern, denn wir brauchten hier einen Rundumblick. So, jetzt kann ich nicht hier rüber gehen, weil der Fluss zu stark ist. Das heißt, ich muss hier oben lang gehen und werde gleich das Problem haben, dass mir die Leute wahnsinnig werden. Das hat ja überhaupt nicht geklappt mit der ersten Expedition. Ja, so viel Pech kann man hier direkt zu Beginn schon haben. Hier hat wirklich gar nichts zusammengepasst. Ja, ich habe hier schon 40 Prozent Wahnsinnsgefahr. Und wisst ihr was? Ich nehme die jetzt einfach an mich, weil ich habe ja nichts mehr. Ich kann nichts tun. Ich will wenigstens noch den Vermessungspunkt erreichen. Alles andere ist jetzt auch herzlich egal. Das war jetzt wirklich maximales Pech, was wir bekommen haben. Wir haben aber immerhin einen Händler. Vielleicht können wir dem Wahnsinn ja noch vorbeugen. Wir können mit ihm jetzt handeln. Zu meiner Überraschung begegnete ich einem farbenfroh gekleideten reisenden Kaufmann. Er grinste breit, als er mich sah und stellte einen mit allerlei Waren prall gefüllten Rucksack vor sich ab. Er präsentierte uns stolz eine Auswahl an Waren. Es schien sich um die Reste früherer erfolgloser Expeditionen zu handeln. Na gut, was hast du denn dabei? Ein günstiges Fleischerbeil als Waffe. Ein Rauchbeutel für den Kampf. Moschusduft. Da können wir Tieren ausweichen. Das ist gar nicht mal schlecht, kostet aber jetzt super viel. Gerberausrüstung zur Behandlung und Aufwertung von Fällen. Blitzpulver. Rachenputzer. Ja, das gibt uns immerhin irgendwie ein bisschen geistige Gesundheit zurück, denn die brauchen wir jetzt eigentlich. Ja, und wir könnten eine Machete mitnehmen, aber das ist viel zu viel Geld, das kriegen wir niemals bezahlt. Guckt mal hier, da müssten wir, ich weiß gar nicht wie viel Geld, irgendwie jetzt über 100. Also ich glaube nicht, dass die Totems hier, na, die bringen schon ein bisschen was, aber die Machete kriegen wir damit überhaupt nicht bezahlt. Ja, ich denke, wir brauchen jetzt auch die Kletterausrüstung nicht mehr. Das bringt uns nochmal ein bisschen was. Ganz einfach deswegen, weil dann läuft uns schon die Feldärztin davon. Und ich würde sagen, auch die Schaufel, die können wir uns wirklich sparen. Der hat immer noch kein Interesse. Meine Güte. Hier, nimm die anthropologischen Studien. Die können wir eigentlich sowieso fast schon in den Wind schießen, weil wir nichts, absolut gar nichts gefunden haben auf dem Hinweg. So viel Pech. Oder wir nehmen jetzt ein Tonicum mit. Das war natürlich, ja, das reicht auch nicht. Meine Güte, was nimmt der denn hier? Nimm den Arztkoffer, der ist so, so, so viel wert. Ja, ist mehr wert als das andere. Kriegen wir nochmal was zusätzliches? Vielleicht die Machete? Nein. Alles unmöglich, viel zu teuer. Ein Beutel mit Leckereien gibt uns maximale Gesundheit, aber das ist natürlich für Tiere, die wir noch gar nicht haben. Vielleicht nehmen wir nochmal so einen Moschusduft mit. Ist auch zu teuer dann. Es geht sich nicht aus. Ich brauche den Rachenputzer, sonst komme ich hier niemals zurück. Und selbst dann wird es noch eng. Ja, wir könnten die Schaufel für uns behalten oder die Kletterausrüstung. Aber dann will ich lieber die Schaufel behalten. Ah, der Totem ist schon wieder zu viel. Machen wir das so. Ich glaube, so ist der Handel bestmöglichst, wenn auch nicht wirklich gut für uns. Aber wir haben keine Wahl. Wir sind so schlecht unterwegs. Unser Handel war abgeschlossen. Ich wagte mich wieder in die Wildnis, bevor wir alle durchdrehen. Ja, wir führen jetzt erstmal die Abmessung durch. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen. Hoffe ich zumindest. Ich stellte meine Messinstrumente auf und schaffte es, wichtige Daten für die Royal Avalon-Gesellschaft zu erhalten. Ich war mit meiner Arbeit fertig. Immerhin, HUM und Reichtum. Das Gutachten ist abgeschlossen. Oh, wir kriegen geistige Gesundheit. Ach, okay. Ah, das wusste ich gar nicht. Dann beenden wir direkt die ganze Expedition. Und kriegen jetzt für ungenutzte Vorräte auch nochmal zusätzliche Belohnungen. Alles klar. Okay. Ja, also die Belohnungen waren jetzt nicht, wer weiß wie groß. Aber man muss auch sagen, wir hatten bei der Kartengenerierung wirklich maximal Pech. Es gab jetzt ein Fragezeichen, das hätten wir noch aufsuchen können, wenn ich das jetzt bewusst hätte, dass wir direkt hier die Mission beenden, ohne zum Schiff zurückkehren zu müssen. Das merke ich mir natürlich für die Zukunft, dass wir also nur in dieser Art von Mission zumindest nur den Hinweg machen müssen. Aber, tja, das war jetzt nicht besonders ruhig voll. Immerhin Rang 2 bei der Royal Avalon-Gesellschaft, aber das hätte besser laufen können. Das war jetzt nicht so toll. Immerhin, wir haben jetzt den Wanderstab freigeschaltet. Ein robuster Spazierstock, der das Wandern in ebenem Gelände zum Vergnügen macht. Bewegungskosten in Gras und Trockenland minus 0,3. Das ist natürlich auch toll. Die können wir dann auch in die Hand nehmen oder einem unserer Mitglieder geben. So. Und Paul-Henri Badeau darf jetzt noch eine Fähigkeit auswählen. Entweder die Eingeborenen-Diplomatie, falls wir denn mal in irgendeiner Expedition auf Eingeborene treffen. Das war jetzt ein sarkastischer Kommentar. Natürlich tun wir das, aber das war wirklich unglücklich, dass wir da gar nichts gefunden haben in der ersten Expedition. Das ermöglicht uns eine zweite Aktion in den Hütten von Dorfoberhäuptern. Sehr situativ, aber spannend. Starker Wille, maximale geistige Gesundheit plus 15 ist sicherlich für späteres Spiel wichtig. Aber jetzt am Anfang haben wir ja eher Probleme, genug geistige Gesundheit überhaupt zu erhalten während der Mission. Oder starker Rücken verleiht zusätzliche Plätze im Inventarkapazität plus 2. Ich habe das Gefühl, an Plätzen im Inventar hat es uns bislang noch nicht gemangelt. Eher an Gewichtsbeschränkungen. Von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt schon sinnvoll ist. Ich werde tatsächlich die Eingeborenen-Diplomatie nehmen. Wir machen hier den Anthropologen und damit wollen wir uns natürlich auch mit den Häuptlingen besser auseinandersetzen und sprechen können mit denen. Kurz nach meiner Rückkehr nach Paris brachte mir ein Straßenkind eine Nachricht von Malin. Ich sollte sie in ihrem Büro im hinteren Bereich des Boussol-Cassé treffen. Okay. Wir können also noch keine neue Expedition auswählen. Was wir machen können, wir können mal bei der Royal Avalon-Gesellschaft vorbeischauen. Miss Farlo hieß mich herzlich in der Haupthalle des Clubs willkommen. Erkrankung könnte man da heilen mit bestimmten Punkten. Das geht aber noch nicht. So, das Clubgeschäft hat jetzt Dinge, die wir freischalten können. Das müssen wir jetzt aber noch kaufen, das Ding. Also, ja, genau. Wir haben nur zwei von diesen Kärtchen gesammelt. Wie nennen die sich eigentlich? Gibt es hier eine Bezeichnung für? Das sind irgendwie so Postkarten-ähnliche Dinger. Dieses Ding würde aber acht zusätzlich kosten. So sehe ich das. Ja, zehn. Es würde uns 100 Gold oder zehn dieser Kärtchen kosten. Wir haben aber nur zwei. Also, der Wanderstab ist später mal irgendwann benutzbar. Jetzt erst mal für uns noch nicht. Okay, wir kehren ins Getümmel des Ausstellungsgeländes zurück. Es gab hier noch immer viel zu tun. Und damit natürlich gehen wir jetzt in das Bussol-Cassé. Ich betrat das Büro von Viktoria, also sie hat auch einen Vornamen, Viktoria Malin, zur vereinbarten Zeit. Sie wartete bereits ungeduldig auf mich. Als ich ihr von meiner Reise berichtete, glänzten ihre Augen vor Aufregung. Sie bombardierte mich mit Fragen und hungerte danach, jedes noch so kleine Detail meiner Expedition zu erfahren. Erst nach einigen Stunden schien sie ihren Wissensdurst endlich gestillt zu haben. Viktoria enthüllte schlussendlich, dass sie eine Vielzahl von Berichten analysiert hatte und dass die Maschine, die wir auf der ersten Insel gefunden hatten, anscheinend überaus wichtig war. Sie musste gehen, drückte mir jedoch einige Weltausstellungstickets in die Hand, als sie mich zur Tür ihres Büros begleitete. Diese Tickets waren in dieser Gegend beinahe so wertvoll wie Gold, insbesondere in den Forscher-Clubs. Toll, liebe Leute, wisst ihr was? Ähm, ich denke, dann gehen wir direkt mal zur Royal Avalon-Gesellschaft. Als ich zurückkam, erschien das Ausstellungsgelände ruhiger zu sein, als bei meiner Abfahrt. Ich genoss diesen kurzen Moment der Stille in der Stadt. Ja, jetzt können wir zur Gemeinschaft, zu Miss Farlow. Und jetzt können wir tatsächlich uns auch diesen Wanderstab leisten. Wer den jetzt nun ausrüstet, das schauen wir gleich. Aber das bringt unserer Gruppe auf jeden Fall einen guten Vorteil. Deswegen abgemacht. Ich würde meinen Kauf bestimmt nicht bereuen. Ja, auf jeden Fall. Diesen tollen Wanderstock können wir gut gebrauchen. So. Alles klar. Wir gucken mal, wer diesen Stock tragen kann. Wir haben hier den Speer ausgerüstet. Wir könnten den tauschen. Und jemand anderem den Speer vielleicht geben. Dann sind wir der Anthropologe, so ein bisschen der friedvolle Mann, der mit dem Wanderstab durch die Gegend läuft. Der kann zwar immer noch damit hauen. Da gibt es irgendwie so einen roten Würfel zu. Aber der Speer ist natürlich eigentlich noch besser zum Kämpfen geeignet. Wisst ihr was? Das bekommt der eingeborene Schamane. Ja, ich würde sagen, der eingeborene Schamane bekommt das hier. Einen ziemlich spitzen Speer. Der läuft uns auch am wenigsten davon. Bei ihr sind wir uns schon nicht mehr ganz so sicher. Sobald wir irgendwie auf eine Höhe gehen, ist sie wahrscheinlich schon weg. Das heißt, bei ihr müssen wir mal gucken, dass wir Höhen vermeiden. Was auch nicht so praktisch ist. Und ihre Loyalität bleibt erstmal. Ich weiß nicht, wie die sich noch ändert. Von Nara Hagopian. Mal schauen. So. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, so können wir unsere zweite Expedition schon einmal auswählen und starten. Die Forscher-Clubs boten viele Expeditionsmöglichkeiten an. Die Wahl lag bei mir. Es gibt wieder eine Karte in Stein. Diesmal allerdings mit einer leichteren Schwierigkeit. Nur 1 von 3. Einem Budget von 70. Oder die goldene Pyramide, die wesentlich schwieriger ist. Wisst ihr was? Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass auch Stufe 1 schon ganz schön knackig werden kann. Wenn die Kartengenerierung ungünstig für uns ist. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier eine Karte in Stein. Es gehen Gerüchte um, dass kreisförmige Steinformationen den Weg zu einem mysteriösen, verlorenen Schatz weisen. Und werden hier wieder mit der Royal Avalon Gesellschaft die Expedition starten. So, ich beschloss, die letzte Nacht an Land zu genießen, bevor mein Schiff im Morgengrauen ablegen würde. An diesem Abend trat ein Mann etwas zögerlich auf mich zu, in dessen Augen sich Abenteuerlust spiegelte. Er hatte von meinen Heldentaten gehört und war darin interessiert, sich meiner Expedition anzuschließen. Er erschien mir fähig genug, doch brauchte ich wirklich eine weitere Person in meiner Gruppe? Bruder Frederick, ein Missionar Stufe 2. Ja, so ähnlich wie der, den wir am Anfang hatten. Der ist sprunghaft, schwankt extrem zwischen Loyalität und Untreue. Gibt uns aber möglicherweise gute Kampfbuffs und halt die Übernachtungsmöglichkeit. Das Problem ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das bei ihr Loyalität verringert, weil sie eine Sexistin ist. Und das wäre jetzt schon die nächste männliche Person in unserer Gruppe. Ah, das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Und wie ich unser Glück kenne, haben wir die nächsten fünf Expeditionen sowieso keine Missionen auf der Karte, die wir finden. Von daher, ich lehne das ab. Das ist mir jetzt zu risikoreich, dass wir unsere Übersetzerin jetzt irgendwie abspenstig machen durch so eine Entscheidung. Und eine Übersetzerin ist für einen Anthropologen unglaublich wichtig. Deswegen will ich diese Herausforderung einmal ablehnen, diesen Vorschlag. Das machen wir nicht. Er schien mir zwar ein durchaus kompetenter Kerl, ich hatte jedoch keine Verwendung für ein weiteres Expeditionsmitglied. Ich lehnte höflich ab und wünschte ihm viel Glück auf seinen weiteren Reisen. Das Abenteuer wartet. Oh ja. Ja, die Weltausstellung Exposition Universelle eröffnete nämlich 1889. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja, dürfen wir jetzt den eingeborenen Stamm studieren oder finden wir wieder keine? Das ist jetzt so eine der größten Fragen für uns. Mein Schiff erreichte sein Ziel und traf dort auf ein kleines Versorgungsschiff. Ich fragte mich, was mein Sponsor, die Royal Avalon Gesellschaft, für mich mitgebracht hatte. So, jetzt kriegen wir auch keine Geschenke mehr und jetzt werden wir knallhart einkaufen müssen, was Schokolade etc. angeht. Die Tonika sind natürlich auch ganz praktisch. Vielleicht nehmen wir davon irgendwie eins mit. Einen Sanitätskasten brauchen wir auch. Und dann haben wir bald schon nichts mehr. Stimulanzkapseln gibt es noch. Pep im Kampf fügt uns das hinzu. Die Schaufel lasse ich diesmal sein. Ich glaube auch die Fackel. Allerdings sollen wir ja einen Schatz finden. Dann brauchen wir vermutlich beides. Und damit können wir jetzt nur noch vier Schokolade mitnehmen. Oh, das ist wirklich, wirklich wenig. Dann bleibt der Sanitätskasten zu Hause. Und wir nehmen noch eine Schokolade mit. Tja, und ich glaube, so günstig das Tonikum auch ist, das bringt uns nichts. Das kommen wir nicht auf 10, die wir bräuchten für Schokolade. Oh, doch könnten wir, dürfen wir dann aber nicht handeln, ne? Ach Mann, ey. Und das ist auch schon zu teuer. Oh, das ist jetzt echt blöde. Dann nehme ich jetzt dieses Tonikum mit. Und ansonsten, ja, ich könnte eine zweite Schaufel oder Fackel noch mitnehmen. Also Kletterausrüstung will ich nicht, wegen unserer Medizinfrau. Die, äh, die Sanitäterin, die dann Panik bekommt, das bringt uns eh nichts. Wir müssen Hochebenen vermeiden. Nützt uns natürlich nichts, wenn wir durch Hochebenen durchmüssen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass das nicht der Fall ist. Und wir machen den Deal hier komplett. Wüsten. Diese Expedition umfasst Wüsten. Nimm zusätzliches Wasser von deinem Schiff mit, um die Wüstenfelder einfacher durchqueren zu können. Wasser auffüllen. Zur Sicherheit packte ich noch, packte ich einige zusätzliche Wasserrationen aus dem Lagerraum des Schiffs ein. Ich werde das mal nochmal machen, weil das nur plus fünf ist. Und jetzt haben wir Lagerraum und sehen, wir haben zehn Wasser dabei. Aber vielleicht sollten wir sogar nochmal fünf mitnehmen. Ah, das könnte jetzt echt schwer werden für unsere Gruppe, aber ich denke, wir werden das machen. Ja. Dann haben wir 15 dabei. Ich hoffe, das genügt. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber wir können da nicht mehr viel mitnehmen anschätzen, aber so muss es eben sein. Wir verbrauchen ja das Wasser auch. Gut, beginnen wir die Expedition. Legenden erzählten von einem wertvollen Schatz auf diesen Inseln, aber es gab ein Problem. Niemand wusste auch nur ungefähr, wo er sich befinden könnte. Zum Glück hatte der Vorstand der Royal Avalon-Gesellschaft einen Hinweis gefunden. Eine Insel mit uralten Steinkreisen, von denen die Einheimischen behaupteten, sie würden direkt zum Schatz führen. Ich würde diese Steinkreise finden müssen, um den Schatz aufzustüren. Ja, jetzt bin ich gespannt. Oh, oh, oh. Das sieht wieder sehr nach Bergemania aus hier auf der Wüste. So, der Kardan-Ring dreht sich schneller, wenn du dich deinem Ziel näherst. Das ist jetzt so ein bisschen wie im alten Curious Expedition, dass wir einen Hinweis haben, wann wir in der Nähe des Ziels sind. So, ihr seht schon hier, wir haben durch unseren Gehstock einen geringeren Verbrauch in Trockengebieten. Das ist auf jeden Fall jetzt gut. Die Frage ist natürlich, wohin müssen wir jetzt wohl? Also, das scheint aber eine sehr kleine Map zu sein. Die endet hier. Also, da kann eigentlich hier im Südosten hoffentlich nicht mehr viel sein. Hier sind zwei Gebiete. Und wir können erstmal bis hierhin vorstoßen. Ja, das sieht doch gut aus. Sieben Tage lang sind wir unterwegs. Reisen hier erstmal durch die Wüste. Bekommen auch Erfahrung. Ich dachte, ich hätte etwas am Horizont gesehen, aber jetzt ist es weg. Wir können hier Leute aufwerten. Und ich denke, ich werde vielleicht die Übersetzerin befördern. Wir können jetzt nur eine Figur natürlich befördern. Tja, oder den Schamanen. Das geht theoretisch auch. Der hat hier Ritual der Einheit und Ritual des Schmerzes. Die gewinnen natürlich auch dann an Gesundheitspunkten, an LP. Sie hat da schon 60. Und sie hat halt nur eine Loyalität. Ich befürchte, die flieht mir dann mit meinen EP und dann sind sie weg. Ja, wir selber können nicht in den EP direkt aufsteigen. Ja, mit der Sexistin, das ist auch nicht unproblematisch. Aber auch eher mit Abergläubisch. Das ist alles kalkulierbare Risiken. Ich würde sagen, wir befördern sie. Was bekommen wir? Fünf Punkte kriegt sie an maximaler Gesundheit. Wir bekommen nochmal einen weiteren Punkt geistige Gesundheit, wenn wir im Dorf übernachten. Ich hoffe, das können wir diesmal auch. Demoralisieren ist offenbar immer noch vorhanden. Wird dann, glaube ich, stärker. Genau, wird dann ein bisschen verstärkt beides. Ja, dann befördern wir unsere Übersetzerin in der Hoffnung, ihre Fähigkeiten bald auch gebrauchen zu können. Denn da drüben sind auch schon Eingeborene. Allerdings müssen wir durch versteinerte Wälder. Das kostet mehr Punkte. Allerdings ist hier auch ein unbekannter Ort. Ich würde sagen, wir stiefeln. So, das Ding hat sich hier noch gar nicht bewegt. Was ist das da oben? Ein versinkender Schrein. Das ist aber nicht unser Ziel, oder? Das ist jetzt schon unser Zielmarker hier oben. Nein, ne? Das wäre super glücklich. Das wäre super glücklich. Wenn wir wollten. Aber wir wollen uns ja erstmal mit den Eingeborenen gutstellen. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal zu den Eingeborenen hier hin. Da müssen wir auch hin. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Eingeborene nähern sich. Na, jetzt bin ich mal gespannt. So, als die Inselbewohner meine Gruppe erblickten, brachen sie sofort in einem merkwürdigen Gesang aus. Ihre lächelnden Gesichter spiegelten deutlich die Erwartung wieder, dass einer von uns in den Gesang einstimmen würde. So, jetzt können wir eines der Gruppenmitglieder zum Singen auffordern. Also, wir brauchen, wenn wir das selber machen. Ihr seht ja hier, wir brauchen eine blaue Würfelseite. Zwei Sechstel, zwei Sechstel. Also, zwei Sechstel heißt natürlich ein Drittel Chance, ein Drittel Chance, ein Drittel Chance und ein Sechstel Chance. Werden gleich gewürfelt und wenn dann was Blaues kommt, haben wir es geschafft. Wenn nicht, machen wir uns wahrscheinlich zum Affen und haben ein Problem mit den Eingeborenen. Wir könnten unser Tonikum nehmen. Dann schaffen wir es auf jeden Fall. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hier schon echt groß, dass da was Blaues fällt, oder? Wenn ich jetzt sage, Nare soll singen. Ah, okay, dann sehen wir hier, sie hat also dieselben groben Chancen. Dann dreimal ein Drittel, einmal ein Sechstel. Genau wie bei uns. Teacup hat auch dasselbe in Grün. Das ist immer das Gleiche. Wir können dann nur auswählen, wer singen soll. Ich denke, das macht jetzt aus dem Hinblick eines Rollenspiels Sinn, dass das die Übersetzerin macht. Die soll auf jeden Fall singen. Und ich glaube, wir würfeln ohne das Tonikum. Ich weiß, das ist jetzt bestimmt umstritten bei euch Zuschauern. Aber ich finde, das sind so hohe... Das sind zwar... Also ein Drittel ist keine Riesenwahrscheinlichkeit. Aber dass wir dreimal ein Drittel nicht treffen und dann einmal ein Sechstel nicht, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, oder? Glück gehabt. Ein einziger Würfel war blauseitig. Immerhin. Nare Hagopian stellte sich als hervorragende Sängerin heraus. Bereits nach kurzer Zeit stimmte die gesamte Gruppe ein und schwang das Tanzbein. Was für ein wundervoller Weg, neue Freundschaften zu schließen. So, was sollen wir jetzt noch konkret machen? Also die sind uns aber immer noch sehr skeptisch gegenüber. Minus zwei. Wir sollen eine Stammesart erforschen, eine Aufgabe abschließen, eine heilige Stätte besuchen und eingeborenen Hütten in der Wildnis besuchen. Ich glaube, eine eingeborene Hütte haben wir jetzt schon gesehen. Da gab es eine direkt hier neben. Aber was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt... Ach, und das hat übrigens auch unserer Übersetzerin neue Erfahrungen gegeben. Niemand sonst. Ah, okay. Ja, also, ich denke, wenn wir eine Stammesart erforschen sollen, dann macht es doch Sinn, dass wir uns nach dem Stamm erkunden, oder? Also hier steht zum Beispiel nicht, dass wir in einem Dorf übernachten sollen. Das können wir natürlich trotzdem tun. Aber es wäre jetzt zum Beispiel keine Untersuchungsaufgabe für diesen eingeborenen Stamm. Und soweit ich das in Erinnerung habe, kann man hier immer nur eine Sache auswählen. Und ich denke, weil wir das auch als Aufgabe haben, werden wir uns einfach hier nach den, ich denke mal, nach den Gepflogenheiten des Stammes erkundigen. Ich wollte mehr über die Kultur dieses Volkes erfahren. Vorsichtig erkundigte ich mich nach ihren Traditionen und Bräuchen. Sie erzählten mir von Männern, die von weit her gekommen waren, um sie auszuplündern und ihr Land zu verwüsten. Das hatte sie gegenüber Fremden sehr misstrauisch gemacht. Jetzt wissen wir auch, warum sie mit minus zwei oder minus drei in das Gespräch gegangen sind. Sie haben schlechte Vorerfahrungen gemacht. Die kleine Gruppe behielt mich im Auge, als ich wegging. Es schien, dass ihr Vertrauen nicht leicht zu gewinnen war. Oh ja, das scheint mir auch so zu sein. So, was haben wir hier? Eine Jagdmeisterhütte. Das ist aber keine Eingeborenenhütte offenbar. Wir sehen übrigens hier, die Steinkreise können nicht mehr so weit weg sein. Es dreht sich schon recht schnell hier. Also wir sind offenbar hier in die Richtung nicht verkehrt unterwegs. Das sieht mir so aus. Okay. Ja, dann lasst uns mal dem... Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mal diese Jagdmeisterhütte überprüfen, was dort zu finden ist. Und dann unseren weiteren Weg für die Expedition planen. Mit der geistigen Gesundheit sieht es erstmal noch gut aus. Und hoffentlich finden wir bald dann auch die Steinkreise. Das sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich erfolgversprechender aus, als die letzte Expedition. Was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, dass die erste Expedition so unglücklich gelaufen ist von der Zufallskarte. Aber so ist das eben. Das ist eben prozedural generiert. Da kann man Glück, da kann man Pech haben. Und man muss sich den Herausforderungen dann entsprechend anpassen und stellen. Okay, das war's von dieser Folge in Curious Expedition 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt fleißig in die Kommentare. Und dann hören wir uns in der nächsten und dann schon letzten Folge dieser Staffel wieder. Warum? Weil ich diese Staffel starte mitten im Staffelrhythmus. Weil das andere Spiel, was vorher in dieser Staffel drin war, in diesem Staffelslot, nämlich Partizans 41, nach drei Folgen in der Staffel zu Ende gegangen war. Und ich jetzt diese drei Folgen, Curious Expedition, den Beginn des Let's Plays, direkt am Tag darauf anschließe. Sodass das Ganze aber dann von Donnerstag bis Samstag laufen wird auf YouTube, freigeschaltet wird. Und dann erstmal für eine Woche pausiert, bevor es dann am Mittwoch in der Folgewoche dann als Let's Play, nicht in der Folge-Folge-Woche, also zwei Wochen drauf weitergeht. Wenn nicht, schaut gerne in den Programmkalender rein. Da könnt ihr das vorab schon mal einsehen, wann welche Let's Plays erscheinen und weitergehen. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Euer Tastenauer sagt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.